Äh, irgendwo ne Schwingdrausen-Casino-Scheiße. Nice. Weil ich ein Geld umwandeln kann, total nutzlos. Ach, diese Joutons. Ja. Wir können ja mal jetzt zum Dingens fahren, dann können wir ja mal diese Hauptdings machen hier. Den Überfall, was wir ja sagten. Äh, ja? Wie spät haben wir es eigentlich gerade? Äh, 17.24. Okay, also wir haben dann noch so einen Schnitt 20, 30 Minuten ungefähr. Du musst die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Wirkte. Das war ja gestern schon ein bisschen riskant. Äh, du fliegst schon wieder bei mir, lol. Ach, ich fahr ganz normal. Ja, glaub ich dir, aber du flogst grad... Äh, hier wird ein Auto gespawnt, alles klar. Ja, da hab ich Jout grad gesehen. Da fahrt der Limousine sogar. Lol. Jetzt drehst du dich. Nimmst die Ampel mit. Erstmal ein U-Turn. Fahre mit anderen Spielern, 200 RP. Ähm. 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 Was denn? Äh, GTA ist gecrashed. Oh. Du bist kein Mitglied mehr. Dein Spieler ist fort und Lexi läuft weg. Sogar das Spiel verlassen. Ja. Kompletter Crash. Ich starte neu. Ja, ich nimm mal dein Auto dabei. Ach ne, ich hab ja keinen Zugang mehr. Wach meinst du mit Mitglied? Na, Mitglied CEO hat er mich grad rausgeschmissen. Also das normale CEO hier nur. Hä? Na, wo ich doch Mitarbeiter bei dir bin mit dieser Organisation. Ja, da, da wolltest du doch drin bleiben, du Komiker. Ne, der hat mich ja grad rausgeschmissen. Der hat mich als Mitarbeiter rausgeschmissen. Du musst jedes Mal CEO machen, oder was? Du musst jedes Mal, glaub ich, einloggen als CEO, weil du jetzt den Crash hattest. Glaub ich, weil du rausgegangen bist. Hehehehe. Freund online. So, ich bin beim Eclipse Tower. Du müsstest das ja denn sehen, ne? Wo ich ja bin auf der Mitte, dann kann ich schon mal reingehen. Eclipse Tower. Mittwoch und Nachmittag 15 Uhr. Hehehehe. Nein. Jetzt muss ich mal gucken. Der Planraum wäre hier links. Okay. Dann warte ich hier erstmal auf dich. Warte. Jo, 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 jo. Ich guck mir den mal mal durchs Fernrohr hier und nochmal bis in die Stadt an. Erstmal online starten. Dann muss ich mich ja wieder als CEO machen, weil die behindert sind. Hier ist ein Pool. Ich gucke mal was da... Ich gucke mal was da... Ich gucke mal was da... Ich gucke mal was damit aus. Ich gucke mal was damit aus. Jo, mach jetzt. GTA 5. Muss mich jedes Mal als CEO registrieren, wenn ich online... bin. Gehe. Oder bin, ja. Ach, verlassen ist der Knopf. Okay. Ich könnte theoretisch auf Fernsehen gucken, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen schwierig. Aber hinsetzen kann ich mir ja trotzdem. Ah. 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 mal neu anmelden. Ja. Sieht wunderschön aus. Sieht wunderschön aus. Ich habe ein Büro, wenn ich meine Sitzen verlasse und in eine neue gehe, dann muss ich immer wieder diese registrieren. Warum? Ich muss immer wieder meine Freunde anladen, damit ich die Auftrag machen kann. Das ist so weird. Nicht normal. Nein, CEO musst du, wenn du einloggst. Also immer bei jedem Starten beim einloggen. Nicht. Aber nicht bei fiesen Wechseln. Nee. Theo, bleib du auch nach dem... Aha. Ist das nicht unten eigentlich? Erst wenn du dich ausschlägst oder fliegst oder was da nicht, kurz mal wieder, musst du dich neu registrieren. Nein. Da ist das jetzt nicht normal. Die CEO und MC-Organivation sind nur temporär. Damit möchte man erreichen, dass man diese jederzeit wechseln kann und auch jederzeit anderen beitreten kann. Aha. Okay. Du brauchst keine Angst vor haben. Das ist völlig normal. Und ist so gut wie bei jedem anderen Spieler auch. Vielleicht das nervig. Aber wo haben die Entwickler... Okay. Mhm. Mhm. Das ist Fame-or-Shame-Shirt, Alter. Also... Kann ich... Bunker machen. Und wenn... Und wenn da die Produktion läuft, kann ich halt mal kurz wechseln vom... Mietlabor oder wo. Und kann ich da auch nochmal Produktion machen. Und dann krieg ich von beiden Geld, oder wie. Okay. So würde ich das jetzt vom Text annehmen. Okay. Alter, Rockstar Games, Baseball Schleker, äh, Customs, Major Dings, Los Santos... Nee. Ich guck hier mal durch. Du kannst hier so viele verschiedene Logo machen. Jetzt hab ich mal Radio Los Santos. Ich bin jetzt nirgendwo. Nice. Alter, wie das aussieht. Ich muss die, glaub ich, wieder einladen, ne? Ich kann dir... Ich kann dir beitreten. Kannst du? Okay. Das ist gut. Ja. Er muss ja jedes Mal bei so nem Crash neu einladen. Ach cool, mit dem Weihnachtsbaum hier. Schön. Sehr, sehr schön. Ich hab nur, ich hab nur verknöppelt und ganz ehrlich. Ja. Ja. Oder bin ich wieder? Nice. Oder Mäuse. Oh, bitte. Sehr nah am Gesicht. Äh, Alter. Alter. Kunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell mal wieder raus. Mitarbeiter einstellen. Zocker hat sein COE registriert. Möchte mich dabei haben. Ich bin in meinem Eclipse Tower. Du siehst mich gleich. Okay, ich kann dich nicht mehr einladen. Ich bin Mitglied bei dir, bei deiner Organisation. Jetzt? Ach, weil ich... Ah! Einfach, weil ich mich wieder registriert habe. Okay, das speichert er, okay. Das speichert er. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Ja, da bin ich komplett auf dem Kopf. Du musst zu mir. Ich hab hier die Mission. Ja, du bist halt ganz unten und ich bin hier irgendwo in Afghanistan. Also wirklich. Ich bin ganz oben im Eclipse Tower. Kann doch mal rauskommen, warte. Äh, Apartment. Ich bin hier irgendwo... Oh! Du bist jetzt fehl... Oh! Ja! Neue Mitarbeiter. Ja! Und gedacht, speichert er, okay. Ich bin hier oben im Norden. Norden der Stadt. Halt die Schriffe, Ron! Sooo. Halt die... Wo bist du denn grade? Du bist... Du bist da oben? Ja... Okay, du bist grad im Gefängnis? Na ich... Du siehst mich ja, ich steh draußen. Ja, ich fahr mal hin. Das kann dauern. was er jetzt überlebt weg mit dir jetzt noch mal aufsteht ne dann kriegst du mein freund die bleikugel zu spüren mal gucken ich zocker ist ja noch unterwegs mal kann ich hier irgendwas einstellen kann man irgendwas aktionen ja fadenspiel okay man kann einfach so dies machen dann wechseln dann dies machen dann kann man wieder irgendwann machen und wieder wechseln da ist ein bisschen zu viel auf einmal dann herzschlag was ist das okay das bleibt nicht permanent bisschen schade ich habe einen stern fick dich gehen alles klar hier fährt ein krankenwagen bei mir weil ich den grad koko mal gucken wenn wir hier lang kommt mal gucken ob du das siehst was ich gleich machen werde muss aber auch passen hier steht krankenwagen weil der hier den einen den ich umgehauen ab hier behandeln will hallo liebe sanitäter schnack ruhig da den könnt ihr eh nicht mehr retten wenn sie den nicht überleben können oder Something ist ja klar aber was HERR blueberry kommt dann wurde bei ihnen wo bist du bist du wo bist du gutes ein效果 haber störnehmer ob sich sehen jetzt überleben können ich glaube рис www bläm mal nichts oder kommt jemand noch auch du das sie es und zwar hier ja hab immer noch ein stellen warum ich gehe mal rein wenn es nur ein stellen ist der geht ja schnell weg oder ja aber der schunde ich hab immer noch ein stellen jetzt ist der stern weg meine schiffe jetzt habe ich schon wieder ein stelle beim weg für mich angefahren was ansoft oh man